Maxl Rhein ist ein bayerisches Gesamtkunstwerk. Hier steht seit über 1000 Jahren früher eine Burg, heute ein Renaissance Schloss. Dann geben hier das Schloss die Ländereien und dazwischen liegt unsere sehr lebendige und gedeihende Brauerei, die auch hier unsere Verbindung zur Landschaft und den Menschen hier um uns herum sind, die damit alle ein Verhältnis zu Maxl Rhein haben, weil sie unser Produkt täglich konsumieren. Unsere Abfüllung kam aus den 70er Jahren und war doch jetzt sehr in die Jahre gekommen und da hat es natürlich sehr geholfen, dass wir ein Produkt haben, was so rasant wächst, was uns das nötige Zuversicht gegeben hat, dass wir es jetzt wagen wollen und eine neue Abfüllung gebaut haben. Die größte Investition, Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Ja, grüß Gott im Maxl Rhein, mein Name ist Josef Kromast, bin der technische Leiter und erster Braumeister im Maxl Rhein und seit einem Jahr auch hier für diesen Bau und für die neue Abfüllanlage zuständig. Wir sehen hier eine Anlage mit super Zugänglichkeiten, wir haben den absolut neuesten technischen Standard. Wir haben zum Beispiel beim Bottle-Inspektor, das ist wie beim Handy, der alte Inspektor war aus dem Jahre 2001, das sind Lichtjahre dazwischen. Die sportliche Aufgabe war tatsächlich, dass wir diese Fläche, die nur zur Verfügung steht, dass wir hier eine Linie mit 20.000 Flaschen pro Stunde aufbauen. Also die Lieblingsmaschine für mich ist tatsächlich die komplett neue Abfüllung. Es sind alle glücklich, es sind auch unsere Mitarbeiter sehr glücklich damit. Die haben eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass wir mal eine neue Abfüllung bauen. Jetzt, dass wir das in der kurzen Zeit geschafft haben, in einem Jahr vom Abriss bis zur Abfüllung der ersten Flasche, das muss uns tatsächlich erstmal jemand nachmachen. Alle Mitarbeiter von Bronis, die da waren, egal an welcher Maschine, waren kompetent, sehr freundlich und ich glaube, es hat ihnen allen Maxl-Reihen-Spaß gemacht. Also die Wertschätzung auch für die Mitarbeiter war von unserer Seite sehr hoch und man muss sagen, für alle Beteiligten ein perfektes Objekt. Lastly, wir haben die Hostel-Chief這一 자glource am Workshop. Also die Kosten für beivene und die Weltsammer-Schiff und diese Kontrolle aber wieder das abklinieren. Das war's 라 dando.